Mitleid Eines der schlimmsten Gefühle, die ein Mensch empfinden kann. Man hat Mitleid mit kranken Tieren, Kindern mit schlimmer Vergangenheit und Familien, die jemanden verloren haben. Aber ich, ich bin anders. Ich habe Mitleid für jeden armseligen Menschen auf dieser verrotteten Erde. Sie sind alle so, so unwissend und dumm. Menschen sind von Geburt an gutmütig und konfliktscheu. Und genau das ist ihre Schwäche. Sie sind so klein wie Ameisen. Man kann sie einfach zerdrücken. Aber ich, ich kenne diese Welt nur zu gut. Ich lebe in keiner Illusion wie die anderen Idioten. Ich verändere diese Welt. Ich befreie sie von dieser Seuche. Das ist mein letzter Gedanke, bevor ich mich umdrehe und das Flugzeug mit Hunderten von Parasiten in sich abstürzt und im Meer versinkt. Das ist mein Werk. Meine Aufgabe. Das ist mein Problem. Das ist mein Herz.